hallo leute willkommen zurück zu einer weiteren let's play folge mit unserem paladin und wie ich versprochen habe gehen wir wieder in eine instanz so wir nehmen erstmal schon die ganzen aufgaben an und dann starten wir auch gleich die kämpfen schon ist okay ja warum fangen wir schon wieder ohne mich an das finde ich hier nicht nett so leute dann wollen wir mal und ja was gibt's neues es gibt nichts neues seit der letzten folge ist immer noch beim alten ich hatte ja gesagt wir machen wir wieder instanz deswegen sind wir jetzt hier in einer schönen kleinen instanz der tiefen sumpf haben wir mal gucken wie weit wir hier kommen ich war auch schon ewig nicht mehr ich muss sagen schon ewig lange war ich glaube ich ja schon mehr drin ich weiß das gar nicht mehr aber nicht das letzte mal hier drin war die haben wir alle bei uns sehr schön dann können wir gleich weiter und wir sind leicht ein level weiter also es bringt echt was wenn wir mal im gasthaus sitzen bleiben so zack aber eins dann noch mal so was haben wir denn eigentlich alles dabei ein jäger ein mönch glaube ich ja das und schön rufpunkte bringt es auch was macht er denn hier heute einfach alles zu pullen das kann ich ja so leiden das kann ich ja leiden was ist das denn für ein held was ist das denn für ein held da müssen wir gleich noch was schreiben im chat mann 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 level weiter sind wir super ich bin gleich wieder tot mann 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 ich kann das nicht wenn die leute einfach holen wir werden schon viel weiter leute was will der ist klar ist klar der erste der sich beschwert mann 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 das kann ich ja leute ja 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 so aber wir wollen sich ärgern lassen man hat immer manchmal so durch leute in einstanz mal so ihr kid es bestimmt auch Zack, komm her, hier. Zack. Vor allem, wenn er auch weiterläuft und alles Pult, was da ist, hat er auch selber Schuld. Wie wärst du mal, dass er mich mal heilt? Er steht doch da nur. Alter, das kann ich so leiden. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Na komm. Gehst du vorbei, gehst du vorbei. So, dann machen wir die drei Mal. Zack, sehr schön, haben wir sie. Alter, tut der auch mal was? Das ist zu weit entfernt. Das kann ich so gar nicht leiden. So, jetzt machen wir mal. Zack. Heilt nicht. Der wird bestimmt abgelehnt. Ich wette, es wird abgelehnt. Das kann ich so gar nicht, wenn die Leute einfach nur hin und her laufen. Doch, ist weg. Sehr schön. Ja, es ist zwar jetzt doof für uns, aber das halte mir auch so aus. Zack. Aber wenn er hier nur doofe Sprüche kloppt und nicht heilt, da kann er, kann er vergessen. So, können wir aber trotzdem weitermachen. Zeug, neun Sekunden müssen wir mal wieder aushalten. Ja, Leute. Hier merkt gerade, ich bin ein bisschen still. Das kotzt mich gerade voll an. Dass da so... Ach manch, was soll man dazu sagen? So, hoffen wir mal, dass gleich nochmal wieder einer kommt. Weil die kommen, glaube ich, doppelt. So, hoffen wir mal, dass wir da kommen. So, hoffen wir mal, dass wir da kommen. So, hoffen wir mal, dass wir da kommen. Na komm. Na komm. Na. Schaffen wir. So, hier sehen wir gerade gar nichts. Ich brauche ein Ziel. So, jetzt müsste aber langsam mal ein Heiler kommen. So, können wir uns Gift runternehmen? Nee, ne? Hm, hm, hm. Also, ob ich einen Boss... Ah, wird eng. Na komm her, hier testen wir. Wir testen den Boss. Jetzt haben wir uns mal. Ja, das müssten wir eigentlich hinkriegen. Und jetzt können wir uns wieder heilen. Da haben wir uns mal ein bisschen selber noch. Zusätzlich. Ach so, ja, die können sich aber nicht heilen. Haha. Da habe ich es gerade gar nicht dran gedacht. Na los, und immer mal unsere großen CD, erstmal ein bisschen was aushalten. So. 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 Boah, der nächste ist tot. Boah. Jetzt nur der Jäger. Lalalalalalalalalala. Ach, der heilt sich hoch, ne? Ah, Mist. Der heilt sich immer hoch. Na los. Zack. Wieder hochgeheilt. Jetzt brauchen wir uns mal wieder ein bisschen hoch. Heilen. Zack. Komm. Ja. Und nochmal ein bisschen Heilung für uns. Ich habe keinen. Sehr schön. Heilt sich schon den Heiler. Schaffen wir auch so. Also langsam kann man heiler in der Gruppe kommen. Zack. Und zack. Ein Zwerg. Ein Zwerg. Ein Zwerg. So. Lassen wir es mal zu uns kommen. Mann, Mann, Mann. Was haben wir denn hier? Schamane. Wer kann denn nicht heilen? Warum finden wir keinen Heiler? So, dann lass die mal kommen hier. Mist. Wer hat den denn jetzt dazu eingeladen? Wer hat den denn eingeladen? Das war aber gerade sauknapp. Das war aber gerade richtig knapp. Tja, der Heiler hat uns verlassen und wir müssen das jetzt hier alleine wuppen. Das kann ich so gar nicht ab. So. Können wir uns mal kurz heilen. Zack. So. Komm her hier. So. Aber ich glaub da hinten bei den großen Mob gucken, da war es echt schwer. Ja. Was haut der denn jetzt hier? Ist das nicht Kampffrosch, was er gerade gezogen hat? Können wir den stunnen? Ne, können wir nicht. Schade, den können wir nicht stunnen. Ja komm. Ab und zu hauen wir uns mal einfach in Heel rein. Hey, immer noch kein Heiler. War noch nie, dass man so lange warten muss für den Instanz, dass ein Heiler da ist. Mann, oh Mann, oh Mann. Mann, oh Mann, oh Mann. Mann, komm her hier. Ich bin außer Reichweite. So, zack. So, halten wir uns mal ein bisschen. So, zack. Sehr schön. Die wollte ich eigentlich jetzt noch nicht pullen, aber... Na komm. Das geht schon. So, liebe Leute. Aber ihr seht, es ist doch echt alles viel länger, wenn man keine Heiler hat. Uh, ein Heiler. Sehr schön. Und ein Zwerg. Ist er denn schon direkt bei uns? Äh, ja, sehr schön. Schreiben wir mal. Hallo. Klopp. So, dann können wir jetzt endlich Gas geben. Zack. Und... Da gibt auch gleich direkt mit Gas. So muss das sein. So, ich ziehe uns gleich zusammen. Zack. Jetzt geben wir mal ein bisschen Gas. Die verlorene Zeit. Hi, könnt ihr nochmal Quest teilen. Ja, Moment. Oh, Quest teilen möchte er. Das ist... Wow. So. Haben wir sie alle? Ja, müssten wir sie alle haben. Dann können wir schnell mal die Quest teilen. Teilen. Zurück. Teilen. 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 Aber ich glaube, wir müssten sie schon auch alle haben. So, dann looten wir mal schnell. Das war die Gruppe. Sehr schön. Zack. So, komm, ihr könnt auch vielleicht kommen. Jetzt können wir mal ein bisschen Gas geben. Ihr wisst es, ich bin der kleine Poore. Lieber immer ein paar Gruppen zusammen und dann so wegrotzen. So, da kommt der hier. Der ist gut drauf, der Heiler. Da können wir das machen. Und Scharen haben wir eigentlich auch genug dabei. Zack. Sehr schön. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Was musstest du anvisieren? Haben wir alles besiegt? Ja, da können wir schon hoch. Ich kann dich das Ziel nicht angreifen. Ich kann das nicht angreifen. Ich kann das nicht angreifen. Also es progt auch einmal nacheinander den Schilderrecher. Kann man ja fast durchgehend werfen. Und ich es dann nochmal. Zack. Ich brauche ein Ziel. Sehr schön. Weil wenn die Aufgaben abgehen, vielleicht kriegen wir noch ein Level zusammen. Ich glaube es zwar nicht, aber man könnte ja hoffen. Zack. Dann sind wir gleich schon beim nächsten Boss. Das ist gut. Sehr schön. So, zack. Lalalala. Wow. Jetzt habe ich schon die nächsten gepolt. Das wollte ich gar nicht. Komm her. Jetzt müssen wir noch ein kleines Stückchen zurück. Ich glaube nicht, dass die auch gleich kommen. Nein. Falscher Knopf. Falscher Knopf. Falscher Knopf. Falscher Knopf. Falscher Knopf. Da muss ich mich echt mal rausnehmen. Zack. Da kommt der Boss schon. Der geht aber gleich wieder runter. Zack. Ah nee. Geht nach oben. Dann können wir uns ihn gleich holen. Den Boss. Sehr schön. Kommt er her. Schnell erledigen. Ich bin außer Reichweite. Nein. Sterbt. Oh, was ist das denn? Waren wir nicht. So. Dann können wir gleich den Boss holen. Er kommt. Ich habe glaube ich den noch nie erlebt, dass er da oben ist. Ich habe den immer beim hochgehen direkt erwischt. Ich muss näher. Na komm her. Zack. Zack. Jetzt kotzt er mich auch noch an. Da kotzt er mich an. Das kotzt mich echt an. So. Komm jetzt. Nehmen wir mal ein bisschen Steinhaut. Äh. Steingestalt. Steinhaut. Oh. Bürgern. Bürgern. Man merkt es ist spät. Zack. Aber das ist auch gleich besiegt. Sehr schön. Zack. Zack. Ah. Der kotzt schon wieder. Und 3. 4. Und. Ich habe es gesehen. So. Wo geht es denn weiter? Da unten. Schau. War alles nur schwer hier. Außer 1 nach 11. 1 nach 11. 1 nach 11 ist dabei. So. Dann laufe ich mal schnell da hoch. Dann müssen wir noch hin. Habe ich auch einen entdecken. Und dann nach vorne auch. Und dann sind wir schon durch. Ja gut. Hat ja auch lange gedauert. Nachdem er uns zur Heiler verlassen hat. In den Stich gelassen hat. Gut. Wir haben ihn ja rausgekickt. Ich bin ganz wohl. Wir haben ihn ja rausgekickt. Weil er auch nur daneben stand und nicht geheilt hat. Und warum soll er dann XP bekommen? Das sehe ich gar nicht ein. Dann halte ich mich lieber selber und mache es langsam. Statt einfach so rein zu rennen und alles zu pullen und es nicht hinzukriegen. Und dann auch noch zu meckern ey. Das kann ich erst recht leiden. Zack. Zack. Und dann. Ach so viele Mobgruppen sind es gar nicht mehr Leute. Da sind wir schon wieder fertig für die Woche. Dann geht es erst wieder nächste Woche weiter. Wow. Habe ich jetzt hier alles auf einmal. Ja komm. Dann nimm halt alles auf einmal. Zack. Zack. Steingestalt. Stun wir mal. Diese komischen Libellen. Ja. Das bringt aber schon Erfahrung noch. Ah. Das könnte eng werden mit noch einem Level. Hm. Was meint ihr. Schaffen wir noch ein Level? Könnt es mir ja in die Kommentare schreiben. Was ihr denkt. Ob wir das Level noch zu Ende bringen. Ja gut. Ihr könnt es auch kommentieren. wenn ihr es zu Ende geguckt habt. So. Ich war fast gar kein Leben mehr. Der Heiler ist echt gut drauf und macht schön mit. So. Das ist zu weit entfernt. So. Und weiter geht's. Da kommt er hier. Ich nehme euch alle auf einmal. sagt die nächsten machen wir uns dann rein jetzt verliere ich ein bisschen mehr leben dann nehmen wir mal das große auch alle weggeführt werden das geht die werden alle weg für die armen gleich zum nächsten zack da sind wir schon beim nächsten boss das geht jetzt sehr flott hier flottiger lobby so und zack haben wir haben wir sehr schön zack und dies haben wir warum hast du kein ziel so leute und guten tag zack bis zum tod wollte kämpfen okay dann probiert das mal denn ich glaube wir machen euch fertig und dann bleibt nur die mutter über dann können wir die aufgaben abgeben was ist denn los bei dir gar keine bestie so und wieder macht der kr warum machen wir es nicht da und gleich da müssen wir ihn noch mal finden ja wohl das schon gemacht sehr schön kann man instan natürlich können wir nicht dann jetzt haben wir uns gerade verklebt so zack so und weiter geht es und jetzt haben wir glaube ich noch ein oder zwei mops ein oder zwei und dann sind wir schon beim end boss tiefen zum flort komm her komm zu papa zack ein bisschen agro auf ich glaube da kommt aber nichts aber auch mal gar nicht vor laufen hier kann ich ja mal ein bisschen ziehen oder laufen mal gegen die wand sehr schön ist besiegt so wo ist die schatten mutter dass sie die schatten mutter das fies sieht aus wie das aus dem film krieg der welten das kommt mir immer so vor dass sie genauso aus glaube ich also mal die hammer kreiseln somit jetzt machen wir dich alle jetzt machen wir dich alle ja lass mich rumfliegen ist ok so ja ich muss näher ran nein Mist jetzt hat sich resettet weil sie mich zu weit weg geschossen hat Mist dann müssen wir es nochmal einmachen heute ist echt der Wurm drin heute ist echt der Wurm drin was ist denn hier heute los das habe ich ja noch nie dass sie mich so oft aus dem ring geschmissen hat so jetzt wollen wir sie aber fertig machen so kommt 40% jetzt jetzt machen wir sie alle hat sich sehr gesträubt die schatten mutter ich habe kein Ziel ich habe kein Ziel und wir können einen Punkt vergeben ein Talent so es gibt noch 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 verspottet das nehmen wir auf jeden fall so das hat sich ist umgewandelt okay ich schreibe meine so jetzt können wir die aufgaben schon abgeben leute zack wir müssen was aus was verkaufen sowieso ey haben wir schön was geschafft anderthalb Level haben wir geschafft so Leute aber wir sind am Ende dieser Folge ich danke euch fürs Zuschauen wenn ihr wissen wollt wie es mit den Bürgern unserem Paladin weitergeht in seinem großen Abenteuer bis Level 120 schaltet nächste Woche wieder ein ich sag bis dahin Tschüss